So please don't wake me up, please don't wake me from this Hey Leute und herzlich willkommen zu einer Runde Survival Games auf dem, beziehungsweise Blitz-Survival Games auf dem Hypixel-Surfer, ne? Ähm, ich hab euch ja versprochen, dass jetzt ein bisschen mehr Survival Games kommt und das würde jetzt schon auch so kommen, ne? Wie geht's, also ich weiß noch gar nicht, ob ich's im letzten Video erwähnt habe. Also ich habe Twitter, beziehungsweise wir haben Twitter, wir sind ja zu zweiter, zwischen ja manchen Leute immer noch nicht. Das ist aber nicht eigenartig. Naja, ähm, auf jeden Fall checken wir da unseren Account aus und folgt uns natürlich auch, das wäre der Kanal. Äh, ich wollte grad schlagen, aber ich hab's vergessen. Hallo, noch ein besseres Schwert wäre ein bisschen heiß. Das ist okay, das nehm ich erstmal. Äh, äh, ja nee, Teams, ne? Oh, oh ne Mütze. Ne Mütze, ne Mütze. Okay, die sind weg. Da haben wir so ein Schwein. Die stürzen wir einfach mal, weil wir haben hier schon viel essen. So. Dann müssen wir ein bisschen essen. Ich hab ein bisschen mehr erwartet, aber naja. Ähm, dann kriegen wir nochmal unsere Waffen. So, ich hab glaube ich gar kein Kit ausgewählt. Was hab ich denn für ein Kit ausgewählt? Ich weiß es gar nicht. Ich glaub ich hab vergessen, Mietmaster zu auszuwählen, deswegen bekommen wir eventuell kein Schwert. Äh, zwei. So. Ach komm, den holen wir uns. Oder auch nicht. Der ist schon ein bisschen zu viele. Was hab ich bekommen? Farmer oder sowas, gell? Fisherman, yeah. Fisherman. Okay, wir haben kein Kit ausgewählt. Wissen wir jetzt. Weil Fisherman wollte ich jetzt nicht unbedingt auswählen. Schön, dass du im Inventar bist. Wow, wahrscheinlich. Hacker. Gell. Junge, das war ich gerade richtig. Ich dachte, es war schön, dass du im Inventar bist. Schön, der Afghane. Aber nein, nichts, der war nicht Afghane. Ähm, ich hab mich gerade voll erschrocken mit Kuh. Kuh guckt mich da ein bisschen an und dann habe ich... Och Gott. Uhuhu. So ist man schneller, gell? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und so ist man auf jeden Fall schneller, so wenn man Spinn hat, glaube ich. Hab's noch weg, hier. Okay, wir haben keine Falle. Ich dachte, ich mach halt so ein geiles R660 und hau die kaputt, aber nee. Ja, ist klar, jetzt ist der Nächste hinter mir, ja. Hab ne Angeln, ne? Das darf man nicht unterschätzen. Ne, Angeln ist schon was Besonderes. Ich hasse es, wenn man zur Weihwege am Swerk rennen muss. Äh, das lieber essen. Rennen. Nicht ihn tippen. Das ist unfair. Zwei gegen eins. Komm, wir hauen jetzt erstmal ab. Wir rüsten uns erstmal aus. Haben wir vielleicht ein Schwert? Oh ja, wir haben ein Schwert bekommen. Halt mal drauf. Dann werden wir noch schon was bekommen. Und, joa. Gehen wir mal auf das Team los. Einfach mal so aus Spaß. Wir haben eh nichts anderes zu tun. Das darf jetzt halt relativ geschwächt sein, das Schwiegen. Einfach der, der Hackerl. Er war einfach grad saugeil. Geh schon in die richtige Richtung, gell? Stützt halt so, oder? Ja, wo sind die? Wo sind die? Das ist jetzt mal eine Frage, oder? Ja, wo ist denn der hingerannt? Verarsch der Welt? Ich hasse so bergiges Gelände. Ich finde das mit den Kompassen ziemlich gut, weil das macht halt einfach Spaß, weil du halt auf Leute losgehen kannst. Und Teams haben auch ein bisschen verkackt, weil die wissen nicht, wo der nächste Gegner ist. Das finde ich ganz schön. Hallo. Es kam. Hallo. Komm. Schieß. Ich hab selber einen Bogen. Ich bin nett, wenn du schießt. Schlechter Bogen, Schütze. So, das war's mit dir. Das war der schlechteste Bogenschütze, den ich je gesehen hab. Bam. Äh, weg damit. Weg damit. Ah, Mann. Weg damit, weg damit. Weg damit. Schip, 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 schip. Äh, schön aufpassen, wo kommt der nächste Spieler von? Da. Okay, dann stellen wir uns mal hier runter. Äh, beziehungsweise, wir gehen einfach mal auf ihn los. Wir gehen auf ihn los. Das ist so bessere Idee. Zwei. Äh, nicht das. Dann drei. Das passt dann so. Der ist natürlich nach vorne und sowas. Und so weiter und so fort. Und wir sind ganz gut ausgerüstet, glaube ich. Eventuell. Vielleicht. Ja, Mann, was ist das für ein, was ist das für ein Map, ey? Das ist ja schlimm, ihr Map. Mann, ey. Oh, Mann, jetzt bin ich hier runtergefallen. So, hier hoch. Hey, das ist ja echt ein schlimmer Map. Vor allem, ich bin einfach noch nicht mal besser am Bogen, wahrscheinlich. Äh, so schlecht, wie der Typ Rad geschossen hat. Ähm. Weil ich bin echt ne Bogen Null. Das ist bitte aus der Bogen Null. Ach, kommt schon. Müsst ihr jetzt alle hier immer rumgammeln und in diesen scheiß Bergen? Was habt ihr denn mit den Bergen? Ich habe übrigens beim letzten Video vergessen, Musik hinterzulegen. Das tut mir echt leid, aber das wird sich jetzt einfach mal ändern. Ähm, ja. Wenn ich das letzte Mal Musik selber so gehört habe, das war eine richtig scheiß Idee. Gehst du mir nicht? Hallo? Äh. Hallo? Ach, ich habe einen Bogen. Oh, guck mal, hier haben wir so. Oh Gott. Hä, der Bogen fliegt aber auch erst richtig spät los. Muss ich sagen. Mann, das sind zwar eigenartige Geräusche. Oh, Gott sei Dank. Links ist getroffen. Ähm. Kommt was? Da lang in die Richtung? Gut. Nur, dass wir nicht überrascht werden. Ein Steinschwert. Immer gerne. Richtig Angst, dass da jetzt einer kommt. Tasch können wir weg, Tasch können wir weg, Tasch, Tasch. Die Goldhose soll ich anziehen. Tasch können wir weg. Tasch können weg. Tasch das. Kettenhose ist noch besser. Goldrüstung ist noch besser. Niceer Scheiß. Bogen haben wir schon genau. Können wir das alles wegpacken. Sticks brauchen wir. Na, behalten wir erstmal. Man kann ja nie wissen. So, ähm. Oh, komm, das hat man natürlich mitnehmen. Oh Gott, Deathmatch. Okay. Das wird der Deathmatch da sind. Oh Gott. Ja, genau. Geh halt auf mich. Oh Gott. Komm, den kriegen wir jetzt. Junge. Was ist bei dem kaputt? Was bei dir los? GG. Boah, krasser Typ. Ähm. Ja, wir haben viel Kürz gemacht. Damit bin ich einverstanden. Wir sind Platz 2 geworden. Äh, achte nicht auf den Scorewater nebendran. Das war, ich habe die letzten zwei Wins einfach in den letzten drei Runden gemacht. Also, die Runden davor waren alles bei Wins. Und dann dachte ich, komm, wir gehen mal eine Runde auf. Weil ich war früher überhaupt nicht so gut. Äh, überhaupt nicht gut. Ähm. Eigentlich hatte ich drei Wins schon mal. Aber irgendwie, naja, egal. Ähm. Shop, da habe ich mal so eine Frage. Könnt ihr mir mal was fragen? Welches Kit findet ihr... Welches Kit ist eigentlich recht gut? Also, das würde ich mal gerne wissen. Mietmaster habe ich schon auf 2 und Knight auch auf 2. Das auf 3 wäre ganz witzig vielleicht. Und das ist eigentlich ziemlich geil. Das mag ich, das finde ich eigentlich geil. Scout ist auch nicht schlecht, muss man sagen. Also, Scout finde ich auch ganz gut. Ich habe schon 1199 Coins. Ja, geil. Ja, geil. Weil, ich habe gehört, Scout ist eigentlich ganz geil. Na ja. Also, Scout finde ich ganz geil. Ich glaube, ich mache den jetzt gleich mal auf 3. Warum habe ich schon 1199 Coins? Das ist ja voll krass. Ich hatte, ich hatte, äh, als ich gestern gespielt habe, 200 irgendwas, glaube ich. Oder ich habe mir einfach geguckt, egal. Ähm, dann kaufen wir uns ganz kurz einfach mal, äh, also wir gelten mal ein bisschen ab. Und zwar, Scout auch mal auf 2 und, äh, Scout einmal auf 3. So. Dann benutzen wir das nächste Mal Scout, weil Scout finde ich echt nice. Weil man Waffen bekommt man doch immer und Scout ist halt, kann man sich schnell, kann man sich retten und sowas ist nicht ganz cool. Und wenn ich dich voll gefördert, dann lass doch eine positive Wertung da. Schade, dass wir noch zweiter geworden sind. Aber der Typ war am Ende auch echt krass. Und der hat die bessere Kuss und sowas. Also, ist okay. Sure, like to laughen.